Okay, auf geht's zum nächsten Glenalba. Wer es noch nicht weiß, ich probiere mich gerade durch verschiedene Lidl-Whiskies durch. Ich habe auch schon den 18er und 25er Glenalba probiert. Somit bin ich jetzt beim dritten von insgesamt sechs Glenalba-Abfüllungen, die es gibt. Die anderen drei habe ich nicht zu Hause, aber was nicht ist, könnte theoretisch noch werden. Allerdings muss ich sagen, dass ich bisher nicht ganz überzeugt bin, Das heißt, wenn der hier jetzt auch nicht schafft, mich zu überzeugen davon, dass er den Kauf wert ist, muss ich ehrlich sagen, werde ich mir die anderen vermutlich nicht gönnen. Dieser 30-jährige Glenalba wird abgefüllt mit 41,4 Volumenprozent. Er ist gefärbt und kühl gefiltert und das finde ich persönlich jetzt für einen 30-Jährigen wirklich schade. Es ist ein Blended Scotch Whisky, das heißt, er hat Malt- und Rain-Whisky-Anteile. Welche, wie viel, keine Ahnung, wird nirgends angegeben. Was angegeben wird, ist, dass quasi die einzelnen Whiskies 30 Jahre mindestens reifen durften, dann vermehlt wurden und dann nochmal nach der Vermählung in, in diesem Fall, PX-Sherry-Fässern finishen durften. Auf die Farbe kann man leider in dem Fall nichts geben, das war bei den anderen beiden auch schon so, da er gefärbt ist, wie man so schön sagt, zur gleichmäßigen Farbgebung, aber auch, um wahrscheinlich eine längere Sherry-Reifung vorzutäuschen. So, also, für einen 70-Euro-Whisky, der in dem Sinn keine Marke hat, nicht groß bekannt ist und auch nur online verfügbar ist, für 70 Euro erwarte ich da jetzt aber schon trotzdem, dass gut ist. Auch wenn 70 Euro für den 30-Jährigen natürlich Wahnsinn sind, habe ich auch natürlich sehr wenige Infos. Ich weiß nicht, welche Anteile es sind, ich weiß nicht, wie lange gefinisht wurde. Es ist, wie gesagt, kühl gefiltert, es ist gefärbt, also eigentlich habe ich keine Ahnung, was ich hier im Glas habe. Ich weiß nur, wie alt es ist, im Großen und Ganzen. Ich würde aber wirklich sagen, die Zusammensetzung, also die Mesh-Bill, wie man im Fall von Bourbon und so weiter ja auch gerne sagt, ist dieselbe wie bei den anderen beiden. Ich kriege so diese Rye-Noten, Bourbon-Noten, Vanille, gleichzeitig auch Sherry, Rosinen, was Schokoladiges. Wieder würde ich sagen, fruchtig ja, aber eher dunkelfruchtig, nicht so diese Hellfruchtigkeit, wobei das könnte auch in dem Fall natürlich vom Finish ein bisschen überdeckt sein, aber nicht so die Hellfruchtigkeit, die ich jetzt von SpaceSide kenne, wobei ich fast denken würde, dass das zu einem großen Teil SpaceSide Whisky ist. Das ist so ein Gefühl von mir. Also, was ich zum Beispiel nicht kriege, ist so diese Wachsigkeit. Die sagen hier was von rotem Apfel, Banane. Banane kriege ich nicht. Also, ich kriege aus einem Jack Daniels zum Beispiel Banane aus dem Tennessee Whisky, das ist ja, hier würde ich das nicht sagen. Roter Apfel und florale Noten. Was ich sagen muss, 41,4 Prozent. Trotzdem gut eingebunden. Probier ich einfach mal. Das Land, ihr Lieben. Das Land, der hat jetzt im Abgang eine sehr interessante, Komponente. Das geht fast schon in Richtung... Nee, Bitterschokolade ist nicht Kaffee. Holz ist auf jeden Fall da. hier kriege ich jetzt tatsächlich auch so ein... nicht nur die Würze, sondern auch so ein bisschen den holzigen Geschmack, finde ich. hmmm... 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 Also, es wird sich aber nicht zu sehr. Ich habe tatsächlich... ja, ich habe tatsächlich einen ordentlichen Holzgeschmack, fast schon in Richtung... hmmm... Definitiv der interessanteste von allen dreien bisher. Ich kriege was rotfruchtiges. Ja, ich kriege die Trockenfrucht. Ich kriege Sherry. Es ist eine Trockenheit da. Gleichzeitig ist er weich. Hier habe ich fast schon... würde ich sagen, wachsig. Ich weiß nicht, ob ich es wachsig nennen würde. Rosinen auf jeden Fall. Dunkle Schokolade ist schon auch dabei. Nussig würde ich jetzt weniger bestätigen, wenn es... steht es da? Nein, frisches Malz steht hier. Vanille und Feigen. Könnte das Feige sein? Ja, vielleicht. Den finde ich tatsächlich interessant. Ich glaube, mit dem kann man sich länger auseinandersetzen. Mhm. Den würde ich sagen, wenn das was ist, das einen interessiert, wenn ihr auch mal einen Blended Scotch gerne mal euch gönnt, den kann man probieren. Der hat mich jetzt tatsächlich positiv überrascht. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt weniger erwartet. Interessant ist er definitiv. Und so... bei dem Preis kann man da auch fast schon sagen, also nicht ein Daily Drum, wahrscheinlich nicht, aber... ähm... muss jetzt auch nicht unbedingt ein Sonntagstraben sein. der Samstagstram. Sondern kann man vielleicht auch sich ein bisschen mit auseinandersetzen und mal zwischendurch probieren. Schade finde ich, wie gesagt, nach wie vor die fehlende Transparenz, die Färbung, die Kühlfilterung. Ähm... Da fehlen mir einfach die Infos. Ich finde es schwierig. Natürlich sind 70... 70 Euro sind 70 Euro. Das ist relativ. Ähm... kann man definitiv machen. Wem aber 70 Euro wehtun? Da gibt es ganz andere, günstigere, aber... nicht in dem Alter. Im Normalfall. Also das ist natürlich... schwierig, da ganz klar was zu sagen. Ich werde mich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, denke ich, aber... Im Moment würde ich sagen, dass ich nicht nochmal kaufen würde. Damit komme ich zum Schluss. Ich freue mich, dass du da warst und wir sehen uns dann bei meiner nächsten Verkostung, hoffentlich. Bis dann. Ciao, ciao!